Ja, wir kriegen auf die Fresse! Juhu! 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 Entweder... Warte, warte, wieviel Damage machen die, wenn die Shafaya schon 5000 macht, oder? Das ist ja abartig dann. Abartig? Bei deinem Glück schluss mir gar nichts und du kriegst vor auf die Fresse. Drei Zielerseck bist du. Wir fahren nach C. Nee, ich fahr nach A. Nein, fast nicht. Wieso nicht? Weil wir nach C fahren. Da fahren doch alle hin! Ja, deswegen! Man, ich bin die Musashi! Kann von hinten feuern! Du Ratte! Mit dein Drecks Ivern Schiff hier! Der Torpedo-Wing ist ja gar nicht mal so schlecht. So... Du bist ja ein Ivern, ne? Japaner, haben auch gegen Russland Krieg geführt im Zweiten Weltkrieg. Also bist du tot. Ja, im Ersten Weltkrieg haben wir. Im Zweiten auch. Aber im Ersten Weltkrieg... Also vor dem Ersten Weltkrieg... Das ist das Schiff, hab ich schon gut. Schon entdeckt. Cool, hier bin ich! Bucci, Bucci, Bucci! Bucci, Bucci! Das besteht auf 30, hoffen oder so? Ja, 30, sieben. Ja, bei einer Reichweite von 30, sieben, ne? Kann man auch schon. Ab 30, sieben. Hast du Aufklärungsflugzeuge noch? Weil das reicht ja nicht. Nee, nee, ich hab nen kalten Jäger drinnen. Ach, schott. Da war da drin. Weil der ist überhaupt Flugabwehr, die man hier hat, ne? Oh, das hat da halt schon 5 Sekunden mehr. Das macht echt was aus. Ja, der ist jetzt 40 Sekunden. Auf 12 Kilometer. Russen-Tower-OP, was? Ah, Herr. Ja. Das war so klar, dass die Russen dann 12 Kilometer bekommen. Ja, bei Moskau ist glaube ich die geringer. Meins? Hm. Wie ich das richtig in Erinnerung hatte. Guck mal bei nem Video. Ja, was drei Jahre alt ist, ne? Vorher ist schon so genervt, das stimmt. Pass mal auf. Ok, wir sind früher wunderbar. Der Tarnwert ist schlechter geworden. Ja echt? Du behalte so moderneres Schiff, was erwartest du jetzt? Etteres Schiff. Boah, ein 1.100 Torpedewerfer kaputt. Bei dir oder bei wem? Nee, bei der Tirpitz. Und die hat sich gelöscht. Gegnerische Schlachtschiffe entdeckt. Gut, Tirpitz. Eber Schiff 4.800 auf deiner Georgia gemacht. Bei Schottine. Groß, Schusspunkt war gar nicht so. Über ein anderen Schiff irgendwie. Na, North... Ne, Colorado. Oder North Carolina. Haben wir gar nicht, ne? Oder soll ich lieber die Siema nerven? Citadelle. Auf die Colorado. Oh, ey. Ein Schiff für sich. Oh, die Alaska. Ja, halbes Schiff weg. Ja, auf die Alaska. Die Alaska war das. Hat die gut gemacht. Das war nicht mal die Alaska. Das war nicht mal die Alaska. Das war nicht die. Nein, das war die Colorado. Nein, das war die Colorado. Oh, die Alaska dreht ein. Oh, das ist die Himmelwand aufgegangen. Ach, du Karte. Ah, das ist die Belfast. Gehst du zu? Jetzt kann ich wieder umladen. Toll. Ich bin offen. Toll. Oh, Gott, oh, Gott. Brenne ein Happy Day. Gott sei Dank heilen ein bisschen. Scheiße, die Hütte ist weg. Oh, ich denke die auf. Ich gehe jetzt auf. Ah, die kommen gut. Die kommen gut. Die kommen gut. Die kommen. Naja, 10.000. Ah, ich gehe noch rüber. Ah, ich gehe noch rüber. Ich gehe noch mit der Mut zur Versweiflung. Oh, Alaska ist aber un-cool, ne? Das weißt du hoffentlich. 1400, oh ne, ne. Oh, der Wendekreis. Ich muss hier um die Insel hier. Wieso haust du wieder ab? Da vorne ist die Front. Nimm mich da hinten. Ich muss jetzt um die Insel rum. Oh, ja. Colorado hab ich gut getroffen. Oh ja, hab ich auch. Ich hab erst 22.000. 42.000. Lachschiffe, wo sind die alle? Äh, vor mir. Alle drei dahinten? Oh, Magie hört uns doch. Die sind alle dahinten. Oh, 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 oh. Meine Sichtweite ist nicht mehr so krass wie 30... Oh, oh, die sind gut. Aber ha, eh. Du, jetzt halt die Schnauze voll, du. Genau wie die Alasker. Hey, Karsten, was hast du denn eigentlich für eine Sichtweite mit 30 km Reinhardte? Wie Sichtweite? Wenn ich offen bin? Ne Sichtweite. Mal auf dein Schiff, auf dein Symbol da, da siehst du über der Feuerreichweite Sichtweite. Oh no, du wirst. 30 km. Sichtweite, das muss aber... siehst doch diesen Kegel da wenn du wohin guckst, dann zeig dir an wo du hinkuckst und der Gliederbiss ist eine bestimmte Gleichweite das ist deine Sichtweite ja aktuell 30 Kilometer uah aber ist doch deine Gleichweite ja ich kann auch nur das sehen was auf mich dann ballert ich kann mich schon Kartenrand gucken wirst du das jetzt meintest oh ja das meine ich ok, ich kann die an den anderen Kartenrand da schon sehen ok die Colorado die ist was zweifelt, die ballert mit HES ja komm halt noch mehr damage 2 Brände drauf oh Colorado, oh dreh dich, dreh dich, dreh dich komm weiter, weiter so lass das aus der Reichweite ja 3 Brände ist richtig jetzt versenkt die scheiß Colorado da, komm das Ziel konzentrieren ach du Kacke die sind nur Zerstörer ach der ist AFK der ist AFK, der ist Zerstörer und was da noch nicht du hast ich habe mich ein bisschen alle Stationen welche Positionen eine strategischen Ziel x-6 alter auch Ich mach mal einen kleinen Freakill jetzt hier Alter Feueralarm Ich brenne aus wie scheiß Colorado Felina 36.000 Schaden Oh das ist mit einer Zitter Oh Gott sei Dank Gegnerische Zerstörer gesunken Das Nahkampf Ja Und Zerstörer auch raus geholt Alter woher kam denn die Schüsse jetzt Von Alaska oder? Ja Aber ich war zu Ja Oder halt dich vielleicht der Zerstörer hat dich Eine du warst auch zu ne? Sagtest du? Ich war zu Ich mach seine Hut ein bisschen mit der Wunsch Komm jetzt treibt sich das weg jetzt her Ach Kacke Der heilt sich direkt Also der repariert sich direkt Katapultjäger in der Luft Katapultjäger in der Luft Oh komm Ach komm Ach komm Magadro war alles klar Alles klar Was? Ich steh Ich steh doch hinterm Berg Ich steh doch hinterm Berg Ich hoffe ich werde das spielen werde ich jetzt erstmal ausbauen gleich musst du das machen also das Modul werde ich einbauen und die Reichweite ausbauen weil das ist ja echt, das geht doch gar nicht da musst du hinten bleiben mit boah 21.000 ich hab 46 nur 21.000 rein mit in ne Salvi hier ja ich weiß, ich hab 46.000 Schaden und du? äh, nur 90.000 ah, ich weiß, ich bin ein Dreckscheater ja, du Arsch du bist kacke ja, ich weiß kann Mike jetzt eigentlich schon mit der Yamato spielen? nope hab mal gestern gesehen oh Gott secondary turm da oben ist kaputt was ist bei mir? ja tut doch gar nichts, alles heile ne der ist kaputt nein der ballert noch in mein Traum der ist kaputt der ballert noch in mein Traum der ist aber kaputt der ist aber kaputt in mein Traum ohhhh ohhhh wie süß torpedos? ach du kacke ohhhh wie süß wo kam die auf einmal her? jetzt kill die Arnie jetzt kill die Arnie oh ja oh nie herrlich wieso? tief sie zum Pilz? ah die Ascher schiebt die nimmt hier noch ne? ahhh oh scheiße ach kack ach kack du musst auch fast diese Georgie auf der Seite pfeift drauf pfeift drauf komm du merkst es ist eines die da brauchst du komm hier zum Auto komm hier zum Auto ja unsere New Orleans die macht irgendwie gar nichts nee der Maprand also der hab 128.000 jetzt komm mal 40.000 ich muss mit dem Ding noch klarkommen 3 kills? ich kann mir eigentlich jetzt nicht beklagen bom bom ja geil nicht getroffen verlieren aber jetzt die Georgie die gemachte die macht die Colorado mit einer Salve weg mal wie schön die fährt die Colorado ach du ihn gerade gesehen doch hier hier war die feindliche Colorado der hat mich halt eh geballert in dir her noch weil die verzweifelt war ja und aber unsere ist jetzt gleich tot durch die Georgia durch die Georgia und die holt die beide auch noch gleich die Kronstadt liebt immer noch oh man und die George aber er hat bis zum bitteren Ende gekämpft ja und er brennt aus und krabum ey wir haben gewonnen juhu 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 ja neptun juhu selbstverständlich nimmt die Neptun jetzt was erwartest du denn ja irgendwas mit Nebel juhu 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 Drück doch mal auf play! Warte doch! Ich hab keine Zeit! Ich hab keine Zeit! Mach mal hin, ich hab keine Zeit! Ich hab... Heute hatte ich noch 20 Millionen, jetzt hab ich noch 3,9 Oh, ich hätte auch noch von bis 1,5 Millionen, jetzt hab ich nur noch 90 Millionen durch den scheiß Trägerkauf Oh, das ist aber schlimm Bei mir ist es ja fast gleich Genau so Ja, das ist voll tepri, was du diese 100 Millionen wechselkriegen hast Das ist Kacke Ich will auch so viel Credits, wie hast du das geschafft? Premium Schiffe gespielt, Premium Schiffe gespielt, Premium Schiffe gespielt Und ordentlich damage gemacht immer Damage, Damage, Damage! Aber ich kann nicht die ganze Zeit nur Premium Schiffe fahren Ich muss auch mit einem anderen Bums weiterkommen Mit einem anderen Bums Oder ab Tarnung mit einem Flagg einbauen, wo du mehr Geld bekommst Ah, hab ich grad gemacht Äh, ja Und das wäre? Halt's Maul! So, äh, wir fahren C Aber ich fahr da hin So Nein, du fährst jetzt schön da durch, ja? Ich spiel jetzt auf Range Ich bleib hinten Du fährst jetzt auf vorne und mach die ganzen Zerstörer hin Halt doch dein Maul, du bist doch auch genauso Scheiße Du brauchst Hilfe von mir? Vergiss es! Hier, der ist für dich der Finger Ja Wenn ich jetzt schieße, bin ich offen Weil ich hab auch den 7 Reichweite jetzt Wow Schieß doch mal Nein Ganz sicher nicht Hast du Angst? Sjas Bumts Tu doch auf mich Hä? Tu doch auf mich Du Porsche Ich schick dir jetzt mal Topelesauf dich los Ja, voll Die die ich so seh' gedacht nicht vorstell', weißt du Hm Und eine 3-5er Größe, oder? 3-5er waas? 5-5er Mit 20 notrec 80 knoten da ist schon mal vor ihr will so ein ergeben du kostet dann 300 Euro das hat die Eigenschaft eines Schlachtschiffs und dann hast du noch Nachlagebooster drin auf die Topedos jede Minute durchgeladen warte das perfekte Schiff wäre 100.000 HP natürlich krasse Panzerung ich brauche ihre Unterstützung die ist ja der ist ganz wichtig und jetzt deckt die die Scheiße auf ja da hast du doch ja komm her Feuer BAM ALDE Schiff weg wieder Nebelwerfer gestapelt JAAA GEIL Was hast du denn jetzt? Achso Was hast du denn jetzt im Bart? Ich bin aber auch tot ich fahre vorhin die Topedos rein nein ich bin gerade da ich bin tot ich bin tot JAAA WOOOOO JAAA JA MAN JAAA JA MAAAN JAAA JAAA IAH I bin auch tot von der Schimpart JAAA JAAA Hja Hast du Damage gemacht Felix 1.300 Ich hab 2.300 Hahaha Nice Für kein Minus Da ist dir Das Ding hab ich 17 Millionen Cramps ausgegeben Hahaha Die darfst du nicht auf WANGE spielen Dann muss er vorne fahren Die Hügeldeckung nehmen Ich weiß nicht wer den Tipp gegeben hat auf WANGE Das ist absoluter Schwachsinn Hast ja gesehen Was sich ein Bart da mit dir anstellt Oder gewettetes fahren oder? Können wir auch machen, dann können wir zurück zum Hafen Haube, gewettete!